Du Opfer, das geht! Hi! Das ist Handel neben mir. Wir drehen heute die Challenge Was ist in meiner Hand, äh, Rathoros in meiner Hand ist und wir fangen direkt an. Okay, Handel verbindet mir jetzt die Augen. Schminke nicht kaputt machen. Ich hab doch gar keine Schminke, das ist alles in der Tür. Hast du irgendwas? Hast du mir jetzt was in die Hand? Oh Gott, das ist ein Gewicht! Richtig, ne? Äh, was ist das denn? Ihhh! Was ist das? Das sieht richtig eklig aus. Ah, hier sind auch Dings. Was? Ah, das ist dieses zum Trinken! Damit es kalt bleibt. Ich weiß nicht wie das heißt. Flaschenkühle. Richtig. Wir waren ja auch irgendwo zusammen, deswegen. Bleibt bei uns. Kopf und rein in den Herzen. Ist das nicht? Mach mal was Schwierigeres! Ich wusste nicht, dass ich dir das direkt in die Hand drücken will. Was ist das denn? Kann man das aufmachen? Äh, das stinkt! Was ist das? Stinkt das hier? Das habe ich länger nicht benutzt. Ist das so eine Teekanne? Also... Thermoskanne. Ja, anders doch. Ja, dachte ich. Oh Gott! Tennisball. Boah, das ist ein Nackenwickler. Spaghetti, oder? Und jetzt in die Hand spuckst. Textmacher. Nagelack. Hier, Wäscheklammern. Fechter. Also so ein Flatter-Dings. Also zum Wind machen. Fechter? Wie heißt denn das? Wind-Ding! Du hast das Tee weg. Von Fechter. Fechter. Fech... 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 Ja, ich war voll gut. Füh... Fech... 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 Ist das... Ist das... Ist das von Ding-Star? Von... Staubsorganism? Jaaa! Richtig! Wo hast du das? Denn das haben wir gar nicht. Doch! Das war im Schrank! Schrank überhaupt. Du Opfer! Das ist Nasenspüler, Digga! Ja! Mach mal deine Augen zu. Äh, dein Ohr! Ich muss meine Augen zuhalten. Äh, meine Ohren! Meine Nase! Okay. 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 Das geht nicht! Ist das Creme? Nein! Oh, Eddy! Riechen wo dran! Oh, du... Das ist Ketchup! Ja, ich hab aber feucht. Natürlich extra. Bitte sauber machen. Das ist Mulde. Sind wir hier, dass ich dir deine Hände waschen muss? So. Schon wieder was war ich das? Nein. Das ist locker! Ey, ey, ey! Okay. Das wirst du sofort riechen, ey! Kaffee! Okay, kannst du die Augenbinde abmachen. Warum machst du denn so viel rauf? Weil meine Löffel so groß war? Sorry Leute, wir hatten jetzt einen heftigen Schnitt drinnen, weil die Kamera ausgegangen ist. Akku leer! So, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Hand ist nächstes Mal auch wieder da! Yay! Tschau! Aua! Das ist ein Mädchen für Probleme, aber die Jungs setzen sich einfach in der Macht. Das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen.